Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Anthony Joshua und sein Promoter haben auf die Situation von Tyson Fury reagiert, dass er jetzt sagt, dass er gegen Mahmoud Shah kämpfen will und diese beiden haben diesen Fight als schrecklichen und peinlichen Fight bezeichnet. Nachdem der Kampf Anthony Joshua gegen Fury jetzt abgesagt wurde, laut Tyson Fury, erklärte der Gypsy King, dass er am 3. Dezember nicht gegen AJ antreten wird, sondern gegen den ungelisteten libanesischen Schwergewichtler Mahmoud Shah. Die Verhandlungen zwischen Eddie Hearn und George Warren über die Austragung des rein britischen Kampfes gehen weiter. Doch Smith ist nicht davon überzeugt, dass der Kampf noch rechtzeitig zum Jahresende über die Bühne gehen wird, sondern eher, dass Tyson Fury jetzt irgendjemand anderen kämpft und vielleicht AJ nochmal nächstes Jahr die Chance geben wird. Letztendlich müsst ihr euch mal die Situation vorstellen. Tyson Fury ist der Champion und gibt trotzdem AJ die Chance, diesen Fight anzunehmen und bittet ihn eigentlich darum, diesen Fight zu machen. Also für mich ist das ganz klar eine Sache, als wäre Tyson Fury in der Situation, dass er weiß, hey, AJ bringt das Money und deshalb will ich gegen ihn kämpfen. Als ob AJ, obwohl er die Fights verliert, wie ein Conor McGregor halt der Money Fight ist und deshalb will Fury ihn haben, aber AJ braucht halt so lange, ist zögerlich, achtet genau auf die vertraglichen Dinge, dass er am meisten auch Profit daraus schlägt und deshalb kommt das nicht zustande. Er sagte, es gibt eine Menge Dinge, die zusammenkommen müssen, damit so etwas passieren kann und wenn man bedenkt, dass der 3. Dezember nur noch neun bis zehn Wochen entfernt ist für einen Kampf dieser Größe, ist das nicht die Zeit, die man braucht, um a. den Kampf zu promoten und b. den Papierkram zu erledigen, sagte der Manager von AJ ganz klar und deutlich. Beide Promoter haben sich jedoch Mühe gegeben, aber Gypsy King Tyson Fury sagte jetzt, dass er gegen Mahmoud Shah antreten will und viele Leute sind natürlich unbeeindruckt davon. Letztendlich sagte AJs Team auch einfach, dass es Schwachsinn ist und dass es ein schrecklicher Kampf ist. Sie werden es schwer haben, diesen Fight zu promoten. Ich glaube nicht, dass Mahmoud Shah Zahlen schreiben wird, sagt das Team von AJ und ich glaube nicht, dass es ein Kampf ist, für den sich die Leute begeistern, aber sei es drum, sagten sie. Wir sind nicht im Promotion-Geschäft oder irgendwas in dieser Art, also es ist nicht wirklich unsere Angelegenheit, wo sie den Kampf austragen, gegen wen sie den Kampf austragen oder sonst irgendwas. Vielleicht ist es eine Arena, die ausverkauft sein wird, ein Stadion wird es aber nicht sein. Das ist aber deren Angelegenheit. Vielleicht denkt Tyson Fury, dass er wirklich ein Stadium mit Mahmoud Shah ausverkauft, da wünschen wir ihm an dieser Stelle viel Glück, aber an sowas den Fight unnötig zu rushen, obwohl dieser Fight der größte Kampf in der Geschichte von Großbritannien sein könnte, da haben wir kein Interesse dran, dann soll er gerne gegen Shah kämpfen. Wir sehen den Kampf als schrecklich an, aber liegt nicht in unserem Interesse. Das sind die Worte von dem Team von Anthony Joshua, sind auch nicht begeistert davon, aber ja, schreibt mir auch meinen dazu gerne mal in die Kommentare. Was sind ihr über das Ganze? Lasst ein Like und ein Abo da Freunde. Bis zum nächsten Mal, hier bei No Time MMA. Bis zum nächsten Mal, hier bei No Time MMA.